Zum Konfigurieren der Temperatureinstellungen klicken Sie einmal in das numerische Feld hinein und das Konfigurationsmenü öffnet sich. Als erstes ist die Einheit der Temperatur wählbar. Hier haben Sie die Wahl zwischen Celsius und Fahrenheit. Im zweiten Feld können Sie die Nomenklatur der Messstelle anpassen. Hier in diesem Falle einmal die rektale Messung oder auch die Messung auf der Haut durch T-Skin gekennzeichnet. Die Alarmeinstellungen sind analog zu allen anderen Parametern. Das Alarmmenü geht auf, untere und obere Skalierung. Sie haben hier die Möglichkeit die Grenzwerte zu adaptieren. Die sind momentan ausgegraut, weil der Parameter gar keine Alarmierung hinterlegt hat. Wenn ich das aktiviere, sind Sie auch imstande hier Ihre Temperatur zu adaptieren. Wir schalten das jetzt mal aus und den Alarmton wieder in den Hintergrund zu setzen. Das gleiche gilt für den Registrierer und auch für die Alarmpriorität. Es ist analog wie bei allen anderen Parametern auch. Wenn Sie den Alarm aktivieren, haben Sie die Möglichkeit den Registrierer anzusteuern und Sie können auch die Priorität des Alarms adaptieren. Unter Standardeinstellungen gehen Sie in die Werkseinstellungen zurück und das sind auch schon alle zur Verfügung stehenden Einstellungsmerkmale bezogen auf die Körpertemperatur.